Silvia Mais, in einem Hauch von Nichts seh ihren Fans mächtig ein. Silvia Mais, 44, hat einen eleganten, extrovertierten und femininen Stil. Am liebsten zeigt sie sich auf ihrem Instagram-Account in figurbetonten Kleidern oder in coolen Zweiteilern, die einen Blick auf ihre kräftigen Bauchmuskeln ermöglichen. Auch für die Party am Wochenende hat sie das perfekte Kleid zur Hand, das ihr sogar so gut gefällt, dass sie es gleich mehrfach mit ihrer Community teilt. Bei dem guten Stück handelt es sich um ein kurzes, schwarzes Kleid, das vor allem durch die durchsichtige Kursage am Bauch und kleinen Glitzer-Details besticht. Zum Kleid kombiniert die Sandalene von Yves Saint Laurent, eine schwarze Tasche mit Strass-Applikation und Silberschmuck. Es ist ein runder Look, mit dem die 44-Jährige wieder einmal ihr Händchen für sexy Glamour unter Beweis stellt. Auch bei den Fans kommt das kurze Outfit gut an. Kommentare wie Fire oder Sexy finden sich immer wieder unter dem Bild der Moderatorin. Ein User findet sogar, dass man bei dem Bild vor lauter Schnappatmung Atemnot bekommen würde. Sie haben die Promilooks der letzten Woche verpasst? Den Fashion-Ticker finden Sie hier. Die Promilooks der letzten Woche verpasst? Die Promilooks der Mandруberg- medications recursos können Sie hier. The Paper zeigen sich um diese Karte beten sollten Sie nicht mehr unter der Stein. Ein die